Hallo, ich bin der Marv und ich habe den Strache nicht gewählt, weil das, was er macht, keine Politik mehr ist, sondern nur mehr rassistisch. Wann geht's los? Hi, ich bin der Prinz. Ich habe den Strache nicht gewählt, weil er rassistische Politik betreibt. Ich bin der Simon und ich habe den Strache nicht gewählt, weil er eben nur die Leute aufhusten und eigentlich keinen Plan hat, was er überhaupt gesagt hat. Ich habe den Strache nicht gewählt, weil er ein Zipfli ist und weil er nicht alle Menschen so behandelt, wie man es behandeln soll. Also ich habe den Strache nicht gewählt, weil das, was er sagt, einfach ziemlich stumpfsinnig daherkommt und mit wenig Hintergrundgedanken. Das ist halt ungebildet zum Teil und mehr, wie soll man sagen, ziemlich eigennützig und ohne viel tieferen oder sozialeren Sinn. Halt nur auf eine kleine Gruppe von Leuten schauen und den Rest einfach irgendwie verschmeißen bzw. wegkrausen, was er vorhat, ist nicht okay. Hi, ich bin der Semir. Ich würde Strache nicht wählen, weil er ein übelst hetzender Bastard ist und er total fiese Ausländerhetze betreibt. Und ich habe ihn Strache nicht gewählt, weil er sehr stark für den rechtsextremen Kreis verstrickt ist. Ja, ich bin mir Toni und ich habe Strache nicht gewählt, weil er nichts mit seiner Hasspolitik zu tun kann. Also ich bin Mira und ich habe Strache nicht gewählt, weil er viel zu intolerant, schulenfeindig und ausländerfeindig ist. Und ich habe mich sehr spieleraktiv und zwar. Dasselbe ich wie ein bisschen, wie ich schon im Melchandest, wo ich sehr kaltiere, Denn ich mache das Körbe, wo ich noch garmasche, nicht so viel zuFC was. Und ich habe diese Körbe zu verraten, wo ich ganz geflüchtig mache, also die Körbe zu verraten, wo ich von mir wäre, dass ich gar nicht wierdzeALL bin. Und ich habe einen Stuhl-Litzen für die Körbe zu verraten.